Hello again, wir machen es euch wieder kurz und schmerzlos. Ich werde heute davon berichten, von dem zweiten Dogma, mit dem ich aufgehört habe, beziehungsweise mit dem ich mich geheilt habe beim Trading. Das hatte ich euch ja versprochen. Aber zu Beginn erst einmal ein riesen Dankeschön. Ich war echt fast schon ein bisschen gerührt von der Tatsache, dass ich so viel Rückmeldung bekommen habe von euch, bezüglich der Tatsache, dass ich aufhöre mit Coaching, also aufgehört habe bereits, dass ich kein Coaching mehr anbiete. Viele, viele traurige Mails und das war schon schön. Also nicht die Traurigkeit, aber dass doch viele sich davon ein bisschen von der Ehre verabschiedet fühlen. Das fand ich, war sehr schön, dass es doch so viele Leute gibt, die das mitbekommen haben und die das schön fanden, so wie es früher war. Das ist ja alles so fremd. Also ein einsames Business, man sieht ja quasi keinen, wenn man im Internet unterwegs ist. Und dann diese Rückmeldung zu bekommen, das war echt schön. Aber zum eigentlichen Thema. Ich habe mir noch ein bisschen was aufgeschrieben, was wir klären müssen, beziehungsweise bevor wir über das Dogma sprechen, weil viele Rückmeldungen auch bezüglich des EA kamen, also des Handelsroboters. Noch einmal, der steht nicht zum Verkauf. Also weil viele, ja, das und das könnte man ja irgendwie bezahlen und vielleicht nur einen Teil davon von dem EA bekommen oder was auch immer. Nein, also er steht wirklich nicht zum Verkauf. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die, also der Teilhabe. Ja, also ich kann das nicht verstehen, wenn man einen EA hat, der vollautomatisiert Gewinne produziert, ja, mit dem man Geld verdienen kann. Wie kann man den verkaufen? Also das ist irre und das, ich weiß nicht, wer sowas tut, keine Ahnung. Ja, jetzt, man kann daran teilhaben, damit gebe ich ihn nicht aus der Hand. Ja, es hat einfach zu viel Geld, zu viel Zeit, zu viel Nerven gekostet, das zu entwickeln, ihn zu entwickeln. Da wurden Geheimhaltungsklauseln unterschrieben und so weiter und so fort und dann soll man den einfach verkaufen. Das macht keinen Sinn. Also Teilhabe entweder über den Signaldienst oder über die verwaltete Variante, also über die Vermögensverwaltung. Und da kommen wir auch noch zu dem Punkt, man bekommt ja immer so ein bisschen Rückmeldung, wenn man sagt, ja, der wird nicht verkauft, der EA, aber man kann daran teilhaben. Dann heißt es, ja, aber warum? Warum sollte man denn jemanden daran teilhaben lassen? Das ist doch unseriös und wozu braucht man denn das Geld dann noch, wenn der schon profitabel handelt? Wer so einen Kommentar ablässt, ja, der hat von Unternehmertum rein gar nichts verstanden oder auch vom Traden an sich nichts verstanden. Denn mit mehr Geld verdiene ich mehr Geld als Unternehmer oder auch als Trader. Ja, und wenn ich natürlich durch die Bereitstellung des EA, durch einen Signaldienst oder durch Gewinnbeteiligung und so weiter und so fort, dort noch mehr Geld verdiene, dann kann man natürlich das eigene Handelskonto noch weiter aufstocken oder man rührt es gar nicht an und nimmt das Geld beispielsweise nur für die Fixkosten und so weiter und so fort. Den Unternehmern unter euch oder denen, die ein Business verfolgen, die ein Business aufbauen wollen, die auch so ein bisschen Ahnung haben vom Trading und vom Unternehmertum, die werden wissen, was ich meine. Also mit mehr Geld verdient man mehr Geld und so what. Kommen wir zum Dogma. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, dass ich mich an sich schon von dem Dogma befreit habe, dass Handelsroboter kein Geld verdienen können oder beziehungsweise dass es sinnlos ist, sich so einen Roboter programmieren zu lassen. Das war Punkt eins, da bin ich geheilt davon, wie man merkt. Und der zweite Punkt, den wir heute besprechen, ist der Timeframe. Also ich habe ja früher immer, wer mich schon eine Weile verfolgt, der kennt ja meine Analysen von früher, ich hatte immer gesagt, langsame Timeframes, H4, Daily, Stundenchart, das war so meine Base, wo ich mich wohlgeführt habe. Da habe ich aber natürlich manuell gehandelt. Aber ich muss gestehen, dass auch ich mich nicht den Veränderungen des Marktes entziehen kann. Und die finden ja schon, die finden statt, die haben auch schon stattgefunden, als ich noch gecoacht habe, als ich angefangen habe mit Trading, waren diese Veränderungen bereits spürbar, haben stattgefunden. Und das ist einfach diese stetige Automatisierung des Handels. Die letzte Studie, die ich gelesen habe, die ist Jahre alt, viele Jahre alt, und dort stand bereits, dass der Markt zu 80% automatisiert ist. Die Haltedauer von Aktien ist nicht mehr in Wochen oder Tagen zu messen, sondern nur noch in Minuten und Sekunden. Genauso natürlich im Währungsbereich, Rohstoffbereich und so weiter. Und das ist ein Punkt, wo auch ich mir dann einfach eingestehen musste, okay, du kannst nicht mehr in diesen langsamen Timeframes unterwegs sein, denn das Risiko, dass sich in der Zwischenzeit wieder neue News für Veränderungen sorgen oder dass sich der Markt doch wieder umentscheidet, ist unlängst größer, als wenn ich einfach in schnellen Timeframes unterwegs bin, Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart, 15-Minuten-Chart, wo ich immer noch genug Zeit habe zu agieren, insbesondere M5 und M15, und einfach eine gute Balance finde zwischen Signale finden, Trade-Management und Anlagehorizont. Und diese Balance ist in meinen Augen nur noch gegeben mit diesen schnelleren Timeframes, zumindest ist es aktuell bei mir so, das kann sich natürlich ändern, aber ein gutes Beispiel ist dieser EA. Ich habe ihn natürlich getestet und dazu komme ich gleich nochmal zu diesen Backtest-Geschichten. Es ist ganz, ganz wichtig zu sehen, wie der EA, in welchen Timeframes er wie reagiert. Und in den langsamen Timeframes war natürlich, es war auch eine gute Rendite, mancher hat ja gar nicht funktioniert, gerade in früheren Stadien, das kann natürlich passieren, oder man hat ihn verschlimmbessert, das passiert ja auch. Und als ich dann die schnellen Timeframes einbezogen habe, dort getestet habe, dort sind auf einmal, ist er explodiert, was die Rendite anbelangt. Allein aufgrund der Tatsache, dass mehr Trades generiert wurden, und das ist so ähnlich wie mit mehr Geld verdiene ich mehr Geld, mit mehr Trades verdiene ich mehr Geld, oder ich kann mehr verlieren, je nachdem wie gut der EA ist. Und ja, das ist einfach eine Tatsache, der ich mich hergeben habe, dass ich in diesen kleineren Timeframes unterwegs sein muss. Und selbst manuell erkenne ich, dass mit der richtigen Strategie es durchaus handelbar ist. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass für manch eine Person, die langsam an Timeframes besser geeignet sind, für einige Handelsstrategien, die langsam an Timeframes besser geeignet sind, daran hat sich nichts geändert. Aber da mein Ziel war, nicht mehr manuell traden zu müssen, und alles automatisiert machen zu lassen, nur noch so ein Auge drauf zu haben, vielleicht auch mal zu entscheiden, heute schalte ich ihn aus, morgen schalte ich ihn wieder an, aufgrund von irgendwelchen News, Urlaub, was auch immer, ist es trotzdem, hat sich da eine gute Balance ergeben. Das muss ich einfach sagen. Beispiel, Australistall, US-Dollar, das war von Anfang an einer der Favorites, da haben wir eine 426-prozentige Rendite in den Backtests, und innerhalb von vier Jahren ungefähr, reichlich vier Jahren. Das ist nicht schlecht, wenn man sich überlegt, dass man natürlich noch mehrere Handelsabjekte nebenbei laufen lässt. Und abschließend dazu noch, zu diesem Backtest, weil natürlich dann viele wieder sagen werden, na, das kann man natürlich überoptimieren und overfulfilling und sowas, overfitting, weil ich natürlich vom EA, klar, diese Risiken gibt es, aber man kann ihnen natürlich begegnen. Punkt 1 mit Out-of-Sample-Tests. Das bedeutet, ich nehme mir bloß eine bestimmte Zeitspanne, beispielsweise 2013 bis 2015, teste den EA dort, finde dort gute Einstellungen, mit denen er am besten performt hat. Da kann man sagen, naja, in der Zeitspanne hat er vielleicht gut funktioniert, overfitting. Ja, was ist mit der anderen? Dir fehlt ja die Zukunft. Und genau deshalb macht man diese Out-of-Sample-Tests. Ich teste 2013 bis 2015 beispielsweise, finde dort gute Einstellungen, und dann lasse ich den EA einfach von 2015 bis heute laufen. So, und damit habe ich quasi die Zukunft imitiert, die der EA noch gar nicht kannte. Also er konnte sich nicht, die Berechnung konnte sich nicht drauf einstellen, kein Cash und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch nicht perfekt, weil es kein Live-Trading ist, ist logisch, aber da sind variable Spreads noch mit eingebaut, da ist zufälliges Slippage mit eingebaut, da sind Tick-Daten von Tick-Daten, die also wirklich über 15 Jahre zurückreichen, wenn man wirklich einen Minuten-Chart Ticks hat. Das ist nun mal die beste Art und Weise, was soll man sonst machen? Und ich sage mal so, also man muss das Ding ja irgendwie testen. Und ich sage mal so, man kann natürlich sagen, ja, ich will das jetzt erst mal 12 Monate, 24 Monate live sehen. Ja, und dann wende ich mein EA an. Das könnte ich natürlich machen. Aber nach diesen 12 oder 24 Monaten ist dieser Live-Test quasi auch nur ein Back-Test. Ja, er hat dann auch nur die Vergangenheit dargestellt. Nach diesen 12 bis 24 Monaten. Denn das ist auch Vergangenheit. Ob der dann nun morgen noch funktioniert oder nicht, das weiß ich auch dann nicht. Deswegen oder deshalb kann man sich das, und das werden die EA-Entwickler unter euch auch wissen, man kann es ja gar nicht leisten, das Ding dann noch drei Jahre laufen zu lassen und dann zu gucken, na gut, vielleicht funktioniert oder es funktioniert nicht. Man muss die bestmögliche Variante finden, wie man das Back-Testen kann. Die habe ich aufgezählt. Und irgendwann muss es dann halt mal losgehen. So. Abschließend noch, erst mal danke für die Aufmerksamkeit, und abschließend noch der Hinweis, ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen nach dem letzten Video. Da habe ich mich unheimlich gefreut. Nachrichten über Facebook, YouTube, Kommentare auch, und per Mail, unheimlich viele Mails, zu dem EA, wie kann man teilhaben, wie funktioniert es mit dem Signaldienst, über den Messenger, über Telegram, wie funktioniert es mit der Vermögensverwaltung, was weiß ich nicht alles, was man da machen kann. Die Anzahl der Anfragen war wirklich schön, habe ich mich gefreut, aber bitte, bitte Leute, weil es so viele Anfragen sind, bitte nur melden, wenn ihr wirklich, wirklich Interesse habt. Nur zum Plaudern über EAs oder über Strategien oder was, habe ich leider zurzeit keine Zeit. Das tut mir wirklich leid, aber ich muss es ein bisschen priorisieren, und die Leute, die wirklich Interesse haben, die Business machen wollen, die muss ich da einfach vorschieben. Ist klar. Also wenn dann irgendwann mal wieder Zeit ist, aber die Anfrage ströme, die reißen zurzeit nicht ab, die werden immer mehr. Deshalb muss ich es ein bisschen priorisieren. Tut mir leid, ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ansonsten, ja, im nächsten Video gibt es dann das nächste Trading-Dogma, von dem ich mich verabschiedet habe. Ansonsten erst einmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Vielen Dank.